Sofort anhalten! Sofort anhalten! Das ist ein Missverständnis! Halt! Ey! Er zerretzt noch den Transporter. Holt die Beruhigungsziege. Wo ist die Beruhigungsziege? Au! Au! Meine Fresse! Echt stilvoll, Jungs! So behandelt man eine Lady. Wer ist da? Hey, mein Großer. Der Name ist Elvira. Ich bin deine Beruhigungsziege. Meine Beruhigungsziege? So ist es. Ich beruhige dich, damit du später alles Mögliche aufspießen und zertrampeln kannst. Versuchen wir es mit einigen besänftigenden Atemzügen. Au! Aus! Du bist keine Hilfe! Ach echt? Tja, vielleicht bist du ja keine Hilfe. Schon mal daran gedacht? Nein, weil keiner der stinkenden Beruhigungsziege helfen will. Habe ich recht? Okay, jetzt muss ich mich erst mal selbst beruhigen. Au! Ich muss jetzt hier raus! Oh! Oh, oh! Tut mir leid. Entschuldigung, Entschuldigung. Tja, tja, tja. Untertitelung. BR 2018